Hallo, heute beschäftigen wir uns in den Lockdown-News mit dem Versammlungsverhinderungsgesetz in NRW, mit kapitalistischen Absurditäten rund um den AstraZeneca-Impfstoff und mit Entlassungsnews der letzten Woche. Kommen wir damit zur ersten Nachricht. Die schwarz-gelbe Landesregierung in NRW hat in dieser Woche ein neues Versammlungsgesetz in den Landtag eingebracht. Dieses wurde schon mehrfach als Versammlungsverhinderungsgesetz bezeichnet. Ganz einfach, da es eine stark abschreckende Wirkung haben soll auf diejenigen, die Versammlungen organisieren und auf diejenigen, die daran teilnehmen wollen. Ein zentraler Inhalt des geplanten Gesetzes ist das sogenannte Militanzverbot. Dieses soll das Tragen von Uniformen und uniformähnlicher Kleidung, gewaltbereites oder gar paramilitärisches Auftreten verbieten. Damit können auch Versammlungen vor Ort aufgelöst werden. Entscheidend darüber soll die Polizei können. Während es oberflächlich so scheinen könnte, dass dies vor allem uniformierte FaschistInnen trifft, könnten auch antifaschistische Proteste, bei denen sich viele Menschen, oft schwarz kleiden, davon betroffen sein. NRW-Innenminister Reul hat bereits den schwarzen Block als Ziel genannt. Ebenso könnte das Verbot die Proteste der Klimagerechtigkeitsbewegung Ende Gelände treffen, bei denen weiße Maleranzüge getragen werden. Versammlungen an symbolträchtigen Orten und Tagen sollen ebenfalls untersagt werden können. Diese werden jedoch noch konkret benannt. Dies soll über eine Verordnung erfolgen, so in Minister Reul. Auch für AnmelderInnen und OrdnerInnen von Demonstrationen soll es Änderungen geben. So ist für Erstere vorgesehen, dass sie sich auf Einladung zu Versammlungen namentlich nennen lassen sollen. Soll es also heißen, dass in Zukunft unser Kollege Markus Müller seinen Namen auf jedes Flugplatz schreiben soll? Das wird eindeutig die Zahl von Demos verringern. Außerdem soll es möglich werden, sie für Straftaten auf der entsprechenden Versammlung zu belangen. OrdnerInnen wiederum sollen der Polizei samt Adresse mitgeteilt werden, wobei die Polizeikräfte sich vorbehalten können, Personen abzulehnen. Hochbrisant ist auch das vorgesehene Störverbot, welches Be- und Verhänderungen genehmigter Demonstrationen untersagen soll. Dies könnte das Blockieren von Nazi-Aufmärschen in Nordrhein-Westfalen künftig zur Straftat werden lassen. Auch das Durchführen von Blockade-Trainings soll in Zukunft verboten sein. Ebenso der Aufruf dazu, also sowas wie Nazi-Aufmärsche blockieren. Im Übrigen sollen alle Regelungen nicht nur für öffentliche, sondern auch nicht öffentliche Versammlungen gelten, was nochmal ein verschärfter Eingriff in unser Grundrecht auf Versammlungsfreiheit ist. Bis das Gesetz in NRW endgültig verabschiedet wird, wird es wohl noch einige Monate dauern. Bereits jetzt hat sich jedoch eine spontane Gegenbewegung entwickelt. Vor dem Landtag in Düsseldorf protestierten bereits hunderte Menschen. In Köln versammelten sich gestern ebenso hunderte. Damit kommen wir zur zweiten Nachricht über kapitalistische Absurditäten beim AstraZeneca-Impfstoff. Überschattet wird dieser Schritt von dem seit Tagen schwelenden Streit, um die Ankündigung von AstraZeneca weniger Dosen als geplant an die EU liefern zu können. Es sollen nur 30 Millionen statt den vertraglich angestrebten 80 Millionen Dosen sein. Momentan stehen PolitikerInnen in Deutschland und auf EU-Ebene vor allem hierfür am Prange. In den Hintergrund tritt dabei jedoch eine andere Frage, die Qualität und Wirksamkeit des Impfstoffs. Zumindest die Ständige Impfkommission in Deutschland hat diese Woche bekannt gegeben, dass sie den Impfstoff lediglich für unter 65-jährige Menschen empfiehlt, da noch keine ausreichenden Testergebnisse zur Wirksamkeit bei älteren Menschen vorlägen. AstraZeneca und die EU-Kommission dementierten zwar ausdrücklich die Behauptung, die Wirksamkeit bei über 65-Jährigen läge bei lediglich 8 Prozent. Unstrittig ist aber, dass der Wirkstoff insgesamt weniger wirksam ist als der von Konkurrenzunternehmen. AstraZenecas Präparat erreicht offenbar eine Wirksamkeit zwischen 60 und 70 Prozent, während BioNTech, Pfizer und Moderna je eine Wirksamkeit von weit über 90 Prozent beanspruchen. Man muss wahrhaftig kein fundamentalistischer Impfgegner sein, um es sich im Angesicht dieser Tatsachen zweimal zu überlegen, ob man sich so bald wie möglich impfen lassen oder doch lieber darauf hoffen will, dass ein besserer wirksames Präparat zugänglich wird. Denn ein Mischen der Impfstoffe wird ausdrücklich nicht empfohlen, geschweige denn, dass es Untersuchungen über mögliche negative Wechselwirkungen gibt. Das ist ein großes Problem, denn ein wirksamer und allgemein zugänglicher Impfstoff ist nach wie vor, vor allem anscheinend nach, das einzige Mittel, mit dem wir auf eine Rückkehr zur Normalität hoffen können. Mit allen anderen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung stochert die Regierung anscheinend merklich im Dunkeln. Wer für einen Moment die kapitalistische Realität aus Vorabverträgen, vorgeschlossenen Steuermitteln und die Konkurrenz zwischen Unternehmen und Ländern ausblendet, der wird diese Situation unweigerlich absurd finden. Denn die Welt wird seit bald einem Jahr von einer der größten Seuchen der letzten Jahrzehnte im Griff gehalten. Die Normalität und Existenz von Millionen Menschen wird ihrer Bekämpfung geopfert, aber gleichzeitig werden Impfstoffe unterschiedlicher Wirksamkeit und Qualität produziert und gekauft. Das ist die Logik kapitalistischer Konkurrenz. Denn die Patente für die besten Impfstoffe werden nicht zum Allgemeingut, sondern jeder Pharmakonzern forscht, entwickelt, produziert und vertreibt für sich selbst. Die schwächere Wirksamkeit versucht der AstraZeneca-Impfstoff zum Beispiel durch eine leichtere Handhabung und Lagerung wettzumachen und vor allem durch einen deutlich niedrigeren Preis. Auch wenn sie offiziell geheim sind, hat eine belgische Staatssekretärin die Preise pro Dosis in einem mittlerweile gelöschten Tweet ausgeplaudert. Moderna kostet mit 15 Euro am meisten, gefolgt vom Pfizer-BioNTech mit 12 Euro und deutlich günstiger bietet AstraZeneca mit seinen 1,78 Euro den Impfstoff an. Für alle Länder mit begrenzten finanziellen Mitteln, die sich weder teure Präparate leisten können, noch eine flächendeckende Lagerung bei minus 70 bzw. minus 20 Grad Celsius dürfte das ein unschlagbarer Konkurrenzvorteil sein. Man kann aber auch sagen, sie haben keine Wahl. Es bewahrheitet sich somit, was Weltautorin Anja Ettl schon im November noch in der Entwicklungsphase über den AstraZeneca-Impfstoff prophezeit hatte. Billiger und ohne Tiefkühlung, das ist der wahre Impfstoff für die Massen. Dass die kapitalistischen Großmächte das Gerede von einem globalen gemeinsamen Kampf gegen das Virus würden fallen lassen, sobald es hart auf hart kommt, kann wohl nicht wirklich überraschen. Interessanter ist da schon die Problematik, wie die Frage entschieden werden wird, wer welches Präparat in Deutschland gespritzt bekommt. AstraZeneca für KassenpatientInnen und Pfizer für HochrisikopatientInnen und Privatwahrsicherte in Zukunft? Kommen wir nun zur letzten Nachricht. In der vergangenen Woche haben mehrere große Unternehmen Entlastungen angekündigt. Bei der Commerzbank sollen bis 2024 in Deutschland 10.000 Stellen wegfallen. 300 Filialen sollen geschlossen werden. Das ist etwa die Hälfte aller Filialen in Deutschland. Die Gewerkschaftsführer tragen dabei die Stellungsstreichung mit. Sie sollen nur etwas langsamer laufen. Bei der VW-Tochter MAN werden 3.500 Arbeitsplätze bis Ende 2022 allein in Deutschland gestrichen. Hier hat die Gewerkschaft IG Metall bereits zugestimmt. In Österreich wird ein ganzes Werk von MAN mit 2.200 KollegInnen dichtgemacht. Der Chemiekonzern BASF will bis Ende des Jahres 2022 weltweit bis 2.000 Stellen streichen, davon 600 in Ludwigshafen. Auch das Bekleidungsunternehmen H&M will Menschen auf die Straße setzen, vor allem junge Mütter, da diese oft nicht in den umsatzstarken Zeiten zur Arbeit kommen können. Hier sollen 800 Stellen wegfallen. Bei Douglas brummt das Online-Geschäft. Doch der Geschäftsumsatz brach ein. Hier sind 600 Stellen vom Stellenabbau bedroht. Auch die Supermarktkette Real kündigt die Schließung von Filialen an. 10 Märkte sollen Ende September den Betrieb einstellen. Auch hier werden hunderte Menschen entlassen. Die Krisenfolgen lasten nun immer deutlicher auf den Schultern der Beschäftigten. Dabei steht eine größere Pleitewelle noch aus, denn noch immer müssen Insolvente-Unternehmen dies nicht beim Staat anmelden. Grund dafür ist, dass der Staat die Insolvenzantragspflicht seit März 2020 ausgesetzt und immer wieder verlängert hat. Zuletzt bis zum 30. April 2021. Das war es schon wieder mit den Lockdown-News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Teilt und liked den Beitrag, gebt ihn weiter und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin.